hi ja ich weiß wir haben schon länger nicht mehr gesehen es passiert einiges hier wir sind einiges am neu strukturieren neu am machen da kommt auch noch ein paar coole sachen manche wissen ja auch davon dass ich in dubai war extra dafür auch noch für verschiedene sachen anzuschauen da kommt aber noch ein separates video aber wir haben neuen exposé halter bekommen und den wollte ich eigentlich mal kurz zeigen den finde ich sehr cool den zeige ich mal gerade hole ich die kamera gerade mal mit einen moment weil das geht nämlich einfacher mit der umgedrehten kamera und ja einmal durch die tür raus und da steht er ja so sieht unser neuer exposé halter aus steht draußen vor der tür auch wenn dann mal niemand von uns da wäre könnt ihr euch gerne eins mitnehmen wenn draußen eine mobile hängt die euch gefällt wo ihr aber dann lieber gerne ein anderes exposé haben wollt einfach kurz reinkommen kriegt ihr das passende exposé wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen und wie gesagt die neuen informationen kommen demnächst und ich freue mich auf euch bis denn ciao